weiter 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 die waffe schaut cool aus am rücken und ray schaut sich den damen an was ist was dahinter ray irgendwas interessantes hast du ein bisschen auf blut für mich gestarrt weh dahinter ist nicht zu weg und das nicht gehen wir halt richtung haus brauchen wir nicht töten nur ärger mit big post da unten man könnte nicht fliegen der liebste elix 2 mechanik kraftenfreistöße gibt es da noch kein mod dafür das eine nachricht die lesen wir nicht sicher das passwort aus dem save von elix 2 den ich nie aufbekommen habe das sollte nicht in der gegend sind werden legendäre waffe systeme klar jetzt brauchen wir den ganzen saft gute arbeit wir werden jetzt zur zentrale gehen den rest überlassen wir dem autopiloten rödo sagt wir kriegen speerwerfer der fehler waldimir der fehler in der folge wollte ich da wegen sperren oder so was darauf hinweisen auf das auf den spitznamen waldimir der fehler habe ich glaube ich die worte nicht gefunden jetzt finde ich sie auch nicht aber wir finden waffe wir finden waffe wichtiger wichtiger dass wir waffen findet das macht gar nicht zu schlechten schaden was ich gesehen habe schade irgendwie wie eine schrotflinte g mäßig aus schauen wir mal was wir dafür zum abreden brauchen wahrscheinlich zwei gute löffel und eine sonnenbrille was würde es immer geben oder vielleicht clubbier und dann können wir mit kaya flirten gutes messer ich habe es gefunden schrotflinte ist fast gesichert wird nur noch das kleberpapier ich habe die waffe testen gerade hatte keine chance ausgezeichnet wunderbar auf verdammt nein das reicht sein oder das nicht Okay. Okay, das war nicht zu schwierig. Kommt mir ein bisschen leichter in diesem Spiel vor als im anderen. Oh. Na schau. Das ist doch eigentlich gute Loot hier. Ich war in diesem Gebiet noch nie. Okay. Fällt mir gut. Okay, wir haben einen Bosskampf um unsere Waffe zu testen. Oh. Den wahrer Berserker werden wir das jetzt erledigen. Ja. Fleisch mitnehmen, nicht Ray. Okay. Ray, weg vom Kriter. Sonst gibt's kritisch Schaden auf Kopf. Auf deinen. Kriter. Geh den Kriter dann. Schauen wir uns langsam. Neben. Kommst du her? Oh, nicht auf die Feldarsel. Er kommt her. Ja. Gemeinsam packen wir das. Ich muss nicht bange überleben hier. Ey, sehr schön. Schlimmer. Schlimmer. Oh. Oh. Ich will keine Waffe rausnehmen. Jetzt da. Kriegst du den Kriter Wolf. Er wollte nach dem Schwimmer keine Waffe rausnehmen. noch mehr kampfmusik unter der brücke war auch was aber wenn wir was karte sagt und dann high ground hier das schaut nach einem ganzen gebiet aus dass ich noch nicht erkundet habe ich bin gerade erkundungshappy das gebäude und unter die brücke das kommt noch verdammt wir gehen nach unten jetzt so verdammt ach du das schaffe ich doch nie das ist doch nicht so wahrscheinlich auch nicht keinen besseren weg das wird ewig dauern ewigst genau dafür nehme ich dich mit damit wir face to face hier oben stehen können und du wahrscheinlich mir wieder rauf klitscht der wolf hat mich geschreckt ich weiß nicht warum es der wolf hier rauf geschafft hat auf einmal oh ok 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 ja dafür würden die wolfe gemacht wolfe wölfe um aufs turm rauf zu klettern können verdammt wie schaffe ich das jetzt ich glaube nicht dass ich das schaffe kann ich hier oben stehen nein 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 hm möglich auch so wie das ist hey der wolf hat es rauf geschafft oh gott sei dank wolf ist weg ich gehe wieder von dieser seite oder von der anderen seite in diesem turm heran und dann zu immer rauf klettern das zahlt sich noch nie auf aus sehr schön ray sehr schön wenn du machst du es dir leicht ich sehe da oben einen kleinen beutel wenn das jetzt keine elex armor ist keine elexatoren armor dann bin ich mal angezipft wenn es sagt gold rupf ich da nicht drauf nein 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 ich laden wir den save oh verdammt ich sehe nichts ray was wollt ihr von mir oh was wollt ihr von mir wie komme ich da hoch suchen wir es mal allerdings durch come on elex armor na verdammt ihr trolle ihr trolle die machen einen fetten turm und hauen da nur zwei elex brettel rauf die türmen elex 2 sind auch nicht besser hat sich nicht ausgezahlt überhaupt nicht es gibt dann auch in der mission wo man zu tor hat geht ich merke mir den namen nie bin mir nicht mehr sicher ob ich den jetzt richtig ausgebrocht habe da gibt es auch noch viel zum exploren aber ich raste das spiel nicht das mit zeit die zeit für dieses spiel wird es gezockt damit ich sollte mir keinen begleiter mehr mitnehmen die mir nur im weg herumlaufen setzerbrot ich habe gut Sprengrakete gelesen das hätte mir mehr geschmeckt als die setzerbrötchen Sprengrakete gelesen Sprengrakete gelesen die tun nichts die können nichts ich habe noch nicht mal ein Level Up bekommen dass ich mir mehr Sachen leisten kann und damit ich bereit für das nächste fight bin ob aber da und Da wird nur rumgetanzt. Ja, ja, gemeinsam packen wir das und dann packt er seine Waffe weg, während er das sagt. Gehirnkleber, bräuchte ich auch. Ein kleines Gehirn kann man nichts mehr machen, mit meinem kleinen Gehirn, wo ist die Spinne hin? Da haben wir mal alles was wirklich ist, gerade für Wolf. Oder nehmen wir einfach die Rüstung, dann haben wir es gut aufgebraucht. Um... Ja, ja. Da hat er halt. Of course. Woah. Let me kill uns Knaus. Uh, was nächstes. Da brauchen wir gar keine Lederrüstung. Wir brauchen nur das Timing. Tief! 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 Zigarette, die ich hätte looten können. Ich warte hier. Wartet hier doch gar nicht. Fast zu wenig Toxin, Developers. Ich wollte mich auf LX3 tippen. Das war wohl nichts. Damit. Zu einfach. Das war es auch mit einem Toxin. Uh, aus sich genesen. Hier auf das andere Gebäude können wir Röber hupfen. Geht wahrscheinlich noch mehr ab. Was brauche ich für Toxin? Irgendeine Suppe gibt es wieder dann. Nein, für Toxin Suppe. Wahrscheinlich Ingwer Suppe. Schauen wir gleich mal. Giftresistenz, Drüsensuppe. Brennstoff, das ist auch gut. Hier ist guter Loot. Wurde ich es nicht mal schneller hierher kommen. Ah ja, schau, gibt es da Antitoxin. Kappstücke, die habe ich nie fertig gebracht. Und auch fertig gemacht überhaupt. Kapp. Und Bett. Wichtigst. Die Zellen davon nehmen Tropenfleisch. Wirkne im Bett. Mitternacht Snacks. Ich esse Mitternacht Snacks übrigens. Ein Problem ist, dass ich in der Nacht Mitternacht Snacks brauche. Und bin ich hier reingehupft. Verdammt. Jetzt geht's mit dem schnellen Weg raus. Und wir sind wieder am Anfang hier. Geh rein mit der Drüsensuppe. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Das Werk wird unverzüglich geräumt. Alle Gefahrengüter müssen ordnungsgemäß verpackt werden. Diese werden dann in den für vorgesehenen Transporter verladen. Zuwiderhandeln wird aufs Schärfste bestraft. Okay Reinhard. Ein bisschen zu giftig hier ausschauen. Und Musik ist weg. Und Musik ist da. Ui, da haben sie was im Auto versteckt. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Ja, aber... Ist hier noch was interessantes? Was sagt... Ich pack die Karte. Verdammt. Ich könnte hier noch den ganzen Weg entlang gehen. Ich will. Ich will. Nächste Folge wird mehr Explode. Und danach kommt nächstes Mission. Peace out.